Hallo ihr Lieben und zurück zur neuen Folge von Ostwind, das Spiel. Ja, wir müssen jetzt hier ausreiten. Wir haben ja jetzt immer die Aufgaben beim Ausreiten. Und dann machen wir das jetzt mal. So. Ja, das brauchen wir nicht nochmal hören. So, wo sind die blauen Punkte da hinten? Gut. Wir haben jetzt hier immer die Aufgaben dabei. Reiten wir da jetzt mal hin. Da ist die Figur. Wir haben schon 53 von 120, das ist perfekt. Setzen werden ein bisschen schwierig sein. Ich weiß noch gar nicht, wo wir alles finden sollen, wie den Mongolit und wo das alles versteckt sein könnte. Ja, hier mal lang. Ich hoffe mal, es wird doch in die richtige Richtung reiten. Aber ich glaube es mal. Hoppala. Ich will jetzt mal gucken, wo wir hier abbiegen können. Ich glaube... Nicht ganz so richtig. Oder? Doch, könnten wir aber. Aber irgendwie kommen wir denn da auch hin. Ich hoffe es mal. Ging ja gut. Da ist der blaue Punkt. Vielleicht ein bisschen irgendwo abbiegen. Und da lang. Genau. Halt! Bist du nochmal zurück? Im Blick kann Ostfind auch rückwärts laufen? Oh nein, schon wieder Frau Holle. Also ich weiß nicht, was die mit den Zäune hier machen. Dass die Kuh immer abhauen kann. Na super. Schon wieder verfolgen. Und die kriegen immer so weit Vorsprung. Dann über Ecken und Kanten. Halt! Ja, ich bin gerade am falschen... Sorry, ich bin gerade am falschen Klopf gekommen. Auf der Windows-Taste. Super Ostfind! Fast geschafft! Ja. Nein! Oh, Holle! Das habe ich vergessen, wegen der Ausdauer. Rechtzeitig zu stoppen. Nein! Fast! Nein! Fast! Die ist auch flink unterwegs. Die ist auch flink unterwegs. Weiter so, Ostwind! Ich kann es nicht mehr geradeaus reiten, äh, laufen. Schneller Ostfind! Wir verlieren den Anschluss! Näher ran! Scheiße! Ja! Ich kann ihn jetzt ausdrücklich. Oh, immer fast. Sehr knapp immer. Aber sorry, dass ihr eben dieses eine Bild hattet. Äh, ich bin gerade an der Windows-Taste gekommen. Ich hoffe, dass es euch nicht so stört. Ja, ich bin ja schon. Wo ist die denn jetzt? Ja, ich bin ja schon. Da hinten lang. Hier hoch? Ja, kann man. Dahin ist noch eine. Aber ich glaube, die ist näher. Jetzt erstmal zu der. Warte, da ist die Figur. Die holen wir uns erst. Ich wollte sagen, so eine unbesichtbare Wand halt. Sonst sind wir da runtergeflumpft. Na super. So eine Verfolgungsjagd. Ah, ich bin bald. Warte. Ich frage mich, was hier trainiert wird. Weil die so schnell unterwegs sind, das gibt's nicht. Ich frage mich, was ich schreibe. Und das ist noch mal. Ich frage mich, was ich schreibe. Ich frage mich, was ich schreibe. Ja, Mika! Ja, ich weiß doch. Könnt ihr doch gut. Oh, ich wollte nicht springen. Ich gehe bald. Ich weiß nicht, wie die das immer machen. Dass die immer abhauen. Halt! Nein! Also für einen Pony ist Archibald aber ganz schön flott. Ja. Versuchst du es bitte noch einmal, Mika? Bleibt uns wohl nichts anderes übrig? Mika? Ich glaube langsam, dass... Ja, brauchen wir sie noch einmal anhören. Halt! Entschuldigung, Ostwind! Schnell, Ostwind! Wir verlieren den Anschluss! Näher ran! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nein! Nein! Also für ein Pony ist Archibald aber ganz schön flott. Versuchst du es bitte noch einmal, Mika? Ja, super. Das wird ein hartes Stück Arbeit wieder. Mika, ich glaube langsam, dass Frau Holle auf Archibald abfährt. Ja, Herr Kahn, ich weiß, dass es Arbeit gibt. Ich hab hier auch Arbeit. Schnell, Ostwind! Wir verlieren den Anschluss! Näher ran! Wir müssen mal gucken, welche Richtung, dass wir mal den Weg abschneiden. Eben hätten wir ihn fast gehabt. Ja, ich weiß nicht, Mika, ihr könnt das gut. Also für ein Pony ist Archibald aber ganz schön flott. Oh, super. Versuchst du es bitte noch einmal, Mika? Ja! Mika, ich glaube langsam, dass Frau Holle auf Archibald... ...kriegt auch mal so weit Vorsprung! Super, Ostwind! Fast geschafft! Ja, super. Sichst du doch kommt, das wird uns ein bisschen weiter beschäftigen! Das sind so viele Ecken und Kanten! Wegen! Schnell, Ostwind! Wir verlieren den Anschluss! Näher ran! Amika! Amika! Das ist ganz schön schwer hier. Nein! Ich dachte eben bereits in dieser Richtung, wäre schön gewesen, aber gut. Ausdauer! Halt! Falsche Richtung! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht so schnell! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Ich glaub's ja nicht! Du hast mir einen ganz schönen Stecken eingejagt! Entschuldigung, eben war ich ein bisschen, dadurch ich so wenig geredet habe, ein bisschen in Action! Ja gut, das war die letzte Aufgabe für heute Mittag! Wir sehen uns dann heute Abend in meiner zweiten Folge von Ostwind! Hoffentlich nicht wieder in der Verfolgungsjagd! Ja, und bis dahin, macht euch einen schönen Tag! Tschüss! 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 Tschüss!